hallo und herzlich willkommen zurück hier auf dem kanal von bnb und wir spielen immer noch der walking dead wo wir ja wir sind jetzt in diesem crawford haben benzin gefunden haben medikamente gefunden da kommen wir jetzt aktuell noch nicht ran aber wir haben eine idee wie wir rankommen und konnten auch ein bisschen was über über die hintergrundgeschichte dieses orts erfahren es ist einfach nur schrecklich einfach nur schrecklich hier wurden zwangsschwangerschaftsabbrüche durchgeführt alte leute kleine kinder getötet und not the place to be was wir jetzt tun sollten ist dahingehend wo wir diesen dock gefunden hatten aber das möchte ich mir so mal anschauen aber vielleicht finden wir die kombination bei ihm schön wie er immer so gas gibt jetzt gehen wir mal hier durch die tür wieder runter wir wissen ja wo diese art zombie lag das wissen wir ja ganz genau das gibt es doch nicht wo ist der los schnell 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 gehen wir jetzt hier den rest den gehen wir jetzt hier direkt den rest alles durchsuchen oh das ist seine safe kombi das ist gut das ist gut ok jetzt müssen wir diesmal nicht dieses gekletter machen so schauen wir uns doch gleich weil die kombinationen und wir rein hier damit finden wir mit sicherheit die kombination ich fand zwei mehr tapes one of them is dated october 10th that's the day after the first one we watched put it in have you made a decision i thought you said i didn't have a choice well technically you do you can terminate the pregnancy or leave crawford of course that would be a death sentence for both you and your unborn child maybe that's best i stayed up all last night thinking about this why are we even trying to survive to keep on living if this is what it takes if this is what it's turned us into i don't make the rules anna doctor i'm begging you please help me maybe one day when things are different you can try again but for now today we have to do this damit hat's dann scheinbar auch begonnen i think we know what happened to comfort more importantly we got the combination krista are you all right what's wrong it's nothing that was just hard to watch don't worry about me i'm fine all right let's get those meds and get the hell out of here get the hell out of here oh i think we're good this is more than enough for your people and mine you know i found a third tape in the locker outside maybe there's something else on there we got the meds for me that's all i care about we'll head back to the classroom don't take too long and talk to the classroom don't take too long listen as fun as it was i have to put a stop to this little arrangement this is the last one of the Warum? Oberson hatte jemanden hier hier in den Inventory. Er ist wirklich krackig. Ich kann es nicht riskieren. Wir hatten ein Deal. Ja, wir hatten ein Deal. Wir haben nicht mehr. Meine Frau braucht diese Medizin. Without es, sie wird sterben. Oder sie wird sich zeigen, und sie wird sie wegnehmen. Ich kann es nicht passieren. Ich bin sorry, Molly. Ich habe alles getan. Aber ich habe mich für mich. Ja, das ist die Crawford-Way, nicht wahr? Pfff. Pfff. Well, shit. Pfff. Also, los. Komm ins Klassenzimmer zurück und klick hier. Godатель-Way Lamont. Jesus Christ. Oh, dudest du die Kerzen auf mich. Woiver du dich? Sightseeing. Ich werde das Batterie übernehmen. Oh, ja... Uh, das ... Was ist das? Hier geht's Was ist das? Nichts Was ist das? Ich habe meine Frau, sie war 14 Jahre alt. Als die Möge begann, und Crawford sich in sich in, war es ein sehr guter Problem, am Anfang. Wir waren sicher. Wir hatten alles, was wir brauchen, um zu überleben. Dann die Regeln angefangen haben. Keine jemand, der nicht zu verabschiedet hat, der ihre Beobacht hat. Keine jemand, der eine spezielle Beobachtung. Meine Frau war Diabettig, und von Crawford, das war sie eine Verpflichtung. Ich habe es ein Geheimnis. Ich habe sie sicher für so lange, wie ich konnte. Aber im Endeffekt, ich konnte sie nicht schützen. Das ist das, wenn ich rausgekommen bin. Crawford, sie haben immer gesagt, wie ihre Systeme funktioniert. Wie alles besser war, als sie zu werden. Aber ich habe gesehen, was sie bereits geworden sind. Ich wünsche mir, dass ich es gesehen habe, bevor es zu late ist. bevor sie kamen, und sie kamen, und sie kamen. Krankenschwani. Das ist alles, was ich von ihr habe. Ich hatte keine Zeit, bevor ich rausgekommen bin. Ich wollte es einfach. Okay? Es ist okay, Mutter. Ich verstehe. Sie ist schön. Was ist das? Was ist das? Ich glaube, das ist unser Geheimnis. Das ist unser Geheimnis. Das ist unser Geheimnis. Was ist das? Kenni und ich, noch nicht die Tür zu öffnen. Er hat mich nach woher blinden. Ich habe mich nach zu suchen, etwas zu vermeiden. Ich habe das. Uh... Ben? Wo hast du das? Ich habe es, es war in der Tür, von den Teil des Hauses. Oh nein. Oh no! Oh shit! Man schmally! Der ist nicht mal zu gebrauchen, sondern der ist nicht klar. Kinder, das ist nicht der beste Zeit. Was immer du gemacht hast, schau es für später. Bier, schau die fuck ab. Fuck you, Lee. Ich kann das nicht mehr machen. Es hat mich immer wiederum gemacht. All of uns in Gefahr. Katja und Duck. Es war all mich. Es war all mich. Wait a minute. Was hast du gesagt? Es war ich, die mit den Banditzen an den Motor Enden zu bringen. Ich dachte, dass ich sie aus unserer Beziehung kann. Wenn ich herausfahre, das ist das, wenn sie attackiert. Und das ist wenn, Duck... Kenny, Mann, ich glaube, du solltest du den Barsch. Aber jetzt ist nicht der Zeit. Ich muss auf den Barsch auf den Barsch. Du bist der Barsch. Du bist der Barsch. Du hörst mich? Dad, meine Frau und Kind, du musst dich auch fucking töten. Kenny, hör mal. Du kannst du den Barsch later aufbauen. Aber jetzt müssen wir gehen. Nice group you got here. Not the time, Molly. If this asshole thinks he's getting on my boat after what he did, he's out of his motherfucking mind! Kenny, we'll sort this out later, after we get out of here, okay? Ain't nothing to sort out. I just told you the way it's gonna be. The boat's not big enough for all of us, somebody's gotta get left behind. Might as well be this piece of shit right here! Well, I vote we leaving. I'm sorry, Ben. I know you mean well. But all I want to do is get back to Omid and you put that at risk. I'm sorry, Ben. I've got to do what's best for the group. And that means cutting you loose. Jetzt können wir mich zerreißen. What about the rest of us? Don't we get a safe? Now can we go? Damn right! Vernon, come on! So much for the armory. What's left of it? A few rounds. That's it. What's left of it? What's left of it? Great. Just fucking great. Come on. There's gotta be a way out down here. Oh. What's left of it? What's left of it? Fuck! That's not gonna hold. Back upstairs! Quick upstairs! Quick upstairs! Lee, look! They're a bit so short filming the... Oh no. Ah! 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 Los, 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 los. Wir waren noch so gut zusammen. So gut unterwegs. Hatten wir mich hingebissen? Wo zum Teufel hat denn der mich hingebissen? So, zeig. Und noch mal. Okay. Also, noch mal. Noch mal, noch mal, noch mal. Okay. So, da. So, jetzt. Noch mal schauen. Okay. Jetzt raus, 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 raus. Ey Leute, das war ja echt nicht langweilig. Das war nicht mehr. Okay. Zumindest von oben kommt Unterstützung. Jawohl. Jawohl. Und dich auch. Und dich auch. Und dich auch. Hier. Und noch mal. Nice. Come on! Any way out of here? This leads to the roof. We might be able to find a way down from there. You didn't come into town from the railroad, did you? Yeah. Why? Never mind. I can see the sewer where we came in from here. I think we can do this. Well, what are we waiting for? Go, go! Come on, let's go! Das ist klar. Dann kommt Tina nun. Bin, climb up! Come on, you can do it! There's no time! You have to go! Now! We're fucking around, Bin! Come on! Let go, dammit! Get the others out of here! Lee. Lee, we both know. Let me go! Er ist ein Arsch, er ist ein Depp, aber töten will ich ihn nicht. Why? Go, go, go! Weil du uns vielleicht noch den Arsch retten kannst, mehr weiß er es nicht. Oh, Mead? Clementine! Oh, mead? Clementine! You made it back! Told you I would, didn't you? Haben wir gesagt? Have you played my Terrence? Nein, das haben wir nicht. Sorry, sweet pea. I look for them, but no. Clementine, what happened here? One of those things got inside. It tried to get upstairs. I stopped it. Upstairs? Oh, Mead! You did good, kiddo. Real good. Hey, what do you say we go check on Omid? What do you say we go check on Omid? What do you say we go check on Omid? Krista? Everything okay? Oh, Mead! What do you say? What do you say? Is he dead? Krista, don't! Stay back! I never should have left you. I'm so sorry. Flash left her, you know. Krista, get away from him. We got you medicine. Good. I feel like I could use some. You okay, kid? You look worse than I do. We almost didn't make it out of there because of this asshole. Should have left him behind when we had the chance. Guys, what the hell happened out there? Let someone else tell you. I got work to do. Okay, with a little luck, you should start feeling better pretty soon. I'll stay here for a few more hours to check on him. Let me know if you need anything. Thanks, Doc. Yes, thank you so much. Maybe now's a good time for you and me to have a little talk. In private. Listen to me. About what happened to Bree. Don't beat yourself up over it. There was nothing you could have done. That's the answer to him. You want to know the first part? What? I don't feel much. I mean, I don't feel enough. Shouldn't I be broken up over what happened to her? That's how I was when I lost my daughter. When I lost my friends in those first few weeks. But now, it's like I just take something like this in stride. Like this is what our world is now. And we'd better just get used to it. What did you want to talk to me about? I know you care about Clementine. Anyone can see that. And I know you want what's best for her. But this plan of yours, putting everyone on a boat with no destination, do you really think that's her best chance of finding somewhere where she can be safe? Because I don't. So I want to make you an offer. What kind of an offer? I'll take her off your hands. Take her back with me, to my people. We're well supplied, well hidden. And a lot of us have had kids of our own. And now Crawford's fallen, we got nothing left to fear from them. She'll be safe with us. Safer than she will be if she stays with you. I promise you. That's what you want for her, isn't it? To be safe? There's something strange. I guess you have a point. I just want what's best for her. Whatever that means. I think you already know what it means, Lee. I want you to think about some things. They're a good man, Lee. You've been protecting these people as best you can so far. And they look up to you. Rightly so. But it's different with a child. You might have brought her this far, but sooner or later she might ask you, for more than you can give her. I'm sorry if that's hard to hear. But it's the truth. I appreciate it, Vernon. Let me think about it, okay? You do that. Hey, are you going somewhere? Yeah, I'm about to head out. I just wanted to say thanks for everything. It's been fun. She's done with us, really. Kenny's working on the boat right now. Thought you were coming with us. God knows you earned it. Yeah, I've been thinking it over. It's not for me. Sounds like it'd be pretty crowded. And I never did like the water. Ach, come on. Are you sure about this? I'm sure. I've always done better on my own, anyhow. Listen, I'm not much for goodbyes. Tell the others for me? Sure. You take care of yourself, Molly. You too. Bye, Molly. You were cool. Molly were cool. And you be sure to take care of that little girl. You know she thinks the world of you. Good luck. Ain't nothing to do with luck. Hey, sweet pea. Kenny's working on the boat. I know. What are we going to do after he fixes it? Where will we go? Is he, huh? Well, he's been through a lot, Clem. He's just gotten a little overwhelmed, that's all. I'm sure he'll be fine. Before we leave tomorrow, will we have time to look for my parents? Sure, we'll look before we leave. Really? You'll take me to Crawford so we can look? I knew you didn't really mean it. Nein. Das habe ich anders gedacht. Ich dachte, das Gespräch entwickelt sich anders. Oh, ich, ich bin so gut. Oh, ich, ich bin so gut. Oh, ich bin so gut. Clementine? Clementine? Na, die wird unten sein. Wer weiß, wie lange die da gelegen sind. Na, das muss man jetzt einmal... Das wissen wir ja nicht. Okay, noch kann ich nicht steuern. Okay, jetzt kann ich steuern. Clementine! Clementine! Oh Gott. Sie würde niemals ihre Mütze zurücklassen. Nie im Leben. Mach Stoff. Hm. aber der hat uns schon an hat er uns jetzt nicht nein hat er nicht doch nein Nein. Nein, nein. Oh, ver... Lee? Lee? Du bist hier drin? Ja. Lee! Bist du verrückt? Was machst du hier drin? Es ist nicht verrückt! Lee? Wo ist Clementine? Sie ist nicht in ihrer Wohnung. Vernon ist nicht im Haus. Was ist da passiert? Whose Blut ist das? Es ist meine. Oh mein Gott. No way. No. No fucking way. There's no time to worry about me. Clementine is gone. There's no chance she just wandered off on her own? No. No way. Then who the hell took her? I don't know. Last night Vernon came to me and offered to take her with him. Said she'd be better off, son of a bitch. I knew we couldn't trust that fucker. Wherever she is, I have to find her. Okay. Okay. What do you need from us? What do you need from us? It's not that much time. We have a better chance of finding her if we all go together. Who's with me? We're all responsible for Clementine. And in your condition, you may not make it to her in time. She needs our help. Thank you. All of our help. Damn right. We can't let you do this alone. Thank you. So that's settled then. We'll look for Clementine together. Hell yeah. What are we waiting for? Thanks you guys. I appreciate it. Really. You know I care about Clementine. And I am a Christian man. And I keep asking myself. If this was me, asking you for help, asking you to put your life on the line, would you be there for me? There have been plenty of times when you ain't been. I am a Christian. 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 I can't do this alone. I need your help. Please. Lee. I know you had my back when we first teamed up. You really looked out for me and mine. And ever since then, you've been looking out for yourself more often than your friends. I'm sorry. You're on your own on this one. What about you, Ben? I am. Of course not. Whatever you think is best. Can you make that decision for you, Ben? You have to decide for yourself. I think maybe it's best I stayed behind. I know you don't have a lot of confidence in me. That's okay. I understand. But you've got enough to worry about with Clementine without... So Kenny, this enttäuscht mich jetzt sehr. I guess it's just me and you guys. We should go find Vernon. See if he took her. I'll get the boat out onto the river. Figure I can wait there until you get back. Or at least until nightfall. Can't speak for this one. You might not make it to the river. You're still gonna take me. Even bit. Yeah. We'll figure out what to do about that when the time comes. Come on guys, let's go. Let's go. Boah, I'm shocked. Oof. Bin job carefully. Where damn are they? Da ist keiner mehr. Aber wo ist denn die Kleine? Und wohin laufen die jetzt alle? Das ist der andere Typ. Aber wenn ich dich wäre, wähle ich meine nächsten Worte sehr vorsichtig. Und ich glaube Season 1 Episode 4, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch freuen. Kommentare sind auch sehr, sehr gern gesehen. Und ja, der Bär ist raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal.